Musik Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Super Mario World mit einem sehr inkompetenten Gastkommentator, Peter, Peter, hallo Ich freue mich hier da zu sein, ich freue mich sehr, sehr wieder hier zu sein Und ihrem unfassbar unverschämt gut aussehenden Moderatorion 1994, hallo, ich muss mich leider selber vorstellen, weil Peter das nicht ordentlich machen würde Und wir gehen weiter mit dem Vanilla Ghost House Scheiß auf, Joshi Kacke Ich wollte eigentlich noch, äh, ach ja Ah, dann bin ich ja verreckt, stimmt Jetzt kann ich mich auch wieder daran erinnern Ja, ganz genau so sieht es halt nicht aus Ich wollte nämlich eigentlich hart trainieren, äh Zwischendurch, aber dank meiner, ja, gesellenen Theorie Abschlussprüfung konnte ich dies leider nicht einhalten Leckt es bei dir? Ein bisschen Äh, ist ja nicht schlimm Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt im Emulator, weil ich habe mit, äh, mit einem Kumpel Speedfighter gespielt Und da leckte das auch ab und zu, das kommt aus Spiel drauf an Leute Weil dann, ähm, haben wir noch Killer in Sting so gespielt, da hat's, und Mortal Kombat, da hat's zum Beispiel dann nicht gemerkt Mortal Kombat Warte Na ja, also, das liegt manchmal am Spiel selbst Weil wir hatten auch Pokémon Stadium Spiel Oh, scheert Und, das Problem ist Pokémon Stadium, weil ich überlegen, oh What the fuck Lol Okay, das ist natürlich ärgerlich Ähm, weil ich mir überlegen, dass wir ja auch zusammen Pokémon Stadium spielen könnten Wir? Ja, aber das Problem ist Wow Das Problem ist, wir haben online dann gespielt Und das Problem ist, bei ihm waren manchmal Volltreffer, die bei mir nicht waren Okay Also ist das irgendwie ganz komisch Warum gehst du Mongo da eigentlich klein rein? Einfach, weil ich es kann Weiß ich nicht, weil ich die Feder, oder? Jetzt select Ah Wow Halt still, halt still Halt still Er ist jetzt gestorben, ich hätte dich so ausgelacht, ne? Auf B Oh Gott Wow 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 Ich muss erstmal wieder drauf reinkommen, hier, ne? Das war so Wow, Peter Die Blume, die braucht keinen Schwanz Naja, ist ein zweites Leben, ne? Du kannst ja dann gleich die Dings wieder runterholen, die Feder Wow Wow, Peter Wow, Peter Halt die Fresse Spiele mit einem verkrüppelten Arm Ach ja, was manche von euch nicht wissen Peter hat sich irgendwie so eine Sehnschein entzündet und zugezogen Das ist zusätzlich ein Handgelenk-Scheiß Er lügt mich die ganze Zeit darüber an, wie es passiert ist Ich weiß bis jetzt nicht, wie ich dich das hinkrette Weil, wenn du mir mit irgendwas kommst, musst du weniger wichsen Muss ich gleich enttäuschen, ich wichs mit links Das ist richtig Und nicht mit rechts Ah, klasse Oh Gott Ich muss mich kurz, kurz bisschen muten Oh Gott Oh, fang Weil Hah, Ick Sprint, ok Der Dio Oh, 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 oh Justach, da Wow Not runter Wow, Peter Halt die Schnauze Wow Jetzt mach ich dich gleich zum Krüppel Zum seelischen Wow, Peter Ist das traurig Na, was mir gerade einfällt, wie ist das eigentlich deine Dings, ah, äh Hast du ein gutes Gefühl? Ja das hatte ich dich nämlich total vergessen zu fragen man muss ja wissen ob du ein gutes gefühl hast oder nicht und die überraschend einfach ganz überraschend einfach nicht schlecht eigentlich müsste doch so wenig wenn ich so überlege im vergleich zu meiner eigentlich auch relativ schwer sein muss ja auch in der theorie so einiges wissen ja gut da sind bestimmt bei euch noch bei gewissen sachen noch bestimmt fachbegriff und so ein rotz dabei ja ich mal von aus aber die benutzt jetzt auch nicht täglich was so ein meister von 1902 der kann die eh nicht was so war einiges was man damals gelernt hat das lehrt man heutzutage gar nicht mehr arbeiten zum beispiel wenn er ganz erforderlich sind lang guckt dann ja mal bei unserer vier alle sind wieder eingebrochen machen ja also ich denke mir ich muss arbeiten für mein geld und ihr scheiß assis ihr brecht einfach immer irgendwo ein wartet gesehen ja das war ja auch gesehen schatzi schatzi wo macht doch kein scheiß hier scheiß drauf was da oben ist nein über scheiße kann ich nicht mehr weg machen du hunde so ja brav machst du das braver geister komm ich ja gut durch ach verdammt ich bin scheiße ach ja schön ach egal so wow Mutter oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit wلا qualcken den Scherz ich würde so geportet was sind sie gesehen kaum es war runterrutscht zu vergessen was du voll vergessen ich habe auch schon mal ein Gespieler seine Info Art Gott ich will mal abbremsen für die Dienliche Idee ja es kommt zu Papa ach geh weg du hässig Stück Scheiße kommt da noch eine? nein so wo kommst du jetzt? komm steh auf Blasen nein oh mein Gott oh na es geht ab nein diesmal nicht ist mir egal okay muss ich mal an nein da hätten wir doch hochgemusst so scheiße ist doch egal was da oben ist hat er gesagt halt die Fresse fette Russenklempner okay wäre egal was da oben gewesen ist und da oben ist nichts ja so wie war das die Stier aufblasen aber wo kriege ich denn eine Peace Chair die haben Arsch es geht ab oh Junge okay ey mal ganz ehrlich fickt euch alle oh shit ach schade geil das war jetzt wieder geil das war richtig Skill man ich muss erstmal wieder runter und ein bisschen ein bisschen Leben tanken alter ich hab was im kleinen Modus gemacht alter continue and save dankeschön du kannst gar nichts kannst du die Schnauze ach ja und dafür dass letzten Samstag kein Part kam Peter war daran verantwortlich ist dafür verantwortlich ja ich ich war da ich war da gut mach erst die linken leer ne damit du Pilze kriegst und den Rest gleich die Fege dann ja das ist so schlecht ey alter Vater ich sah doch mal links auf damit du die Federn kriegst nein ich geh da 10.000 mal rein ich bin Peter ich bin auch erkältet Deine Mutter ist erkältet die auch mein Vater auch ja alle angesteckt bist auch scheiße ne ich bin Tobi nein nein da wollte ich gar nicht hin nein ich spiel mit Steuerkosten blöd ich bin schon die ganze Zeit mit Steuerkosten eh wieder also jetzt schon ist es nicht das im ne ist noch nicht im Ball ok du musst aufstehen bleiben Peter ne jetzt musst du aufpassen spring ey die Dinger kommen von Simpaioshis Island auch ja aber Joshua Island ist Super Mario World 2 also ich weiß das ist jetzt lächst du ein bisschen ja das war mir das genauso wie ich dir zugeguckt habe ärgerlich ja bei dir kann das ja egal sein bei mir aber nicht ich bin ja leider der Aufnehmende oh Gott oh alter Peter halt die Fresse du hast auch so Eier aus Stahl ne ja bei dem Spiel nicht leg erstmal ein Ei das ist unfassbar halt wie das aussieht ey oh Gott oh Boah Junge das war knapp ey also das sah bei mir schon hart am Tod aus ja dafür dass es lag das tut mir leider sehr leid äh oh fuck ja mit Joshi Opfern und so nein ja egal ja so doch nicht du Vollidiot das ist eben scheiße ich kann noch die Wände da oben am Arsch ich kann keine Wände mit dem Kreuz hochlaufen aber da bräuchte diesen Zusatz ne warum muss sie nicht ein ach ja ein die Fresse für dir doch für die einfach nur durch das war scheiß egal was du hältst komisch letztes Mal like dir das aber nicht so woran ich da bin du musst du berühren ach mach doch mach doch ja ist mir auch gerade eingefallen meine Güte halt die Fresse halt die Fresse sagt er zu mir warum springst du jetzt ab ja du musst irgendwie bisschen retardelt oder so immer noch nicht mit der Tastenbelegung klarkommen wow wow Peter wow das ist ein Scherz wow alter Vater was hast du denn jetzt schon Leder klick doch noch wow wow ist doch scheißegal wie denk ich mir das selbe brauche hausse ich komm hier durch ey du sollst doch nicht durchrasen aber wie du spielst ja die Fresse wow erstmal ich bin dieses Mal echt ein Krüppel im wahrsten Sinne des Wortes äh und dann auch das oben lang oben lang mehr echt jetzt oh Gott mach mach ich hätte ich runter schlafen mhm du musst hier natürlich auch treffen wow wow was ein Profi alter das war richtig ich weiß nicht dass ich glaube auch drauf springen weil Joshi auf Münchers auch laufen kann das will ich nicht riskieren eigentlich hättest du das mal machen können weil er bei den Röhren sowieso nicht weglaufen kann ja aber dann machst du sowas alles klar wow 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 Peter wow das darf nicht wahr sein die Fresse die Fresse die Fresse wirst du auch noch mit ner Feder belohnt wie das lagst du umfassbar hier ey oh komm Alter wie lange ist das scheiße halt die Fresse wirbel dich durch ja ja hm wie lange ist das denn das scheißlevel denn noch ey naja jetzt dürfte es gleich zu Ende sein kriegt ja auch noch den scheiß halt die Fresse für sowas wirst du eigentlich geschlagen ist mir doch scheißegal in Japan hätte man dich für so ne Leistung vergewaltigt ne das ne ich aber verkackt 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 schade ja verkackt 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 wow das ist wieder zu verkackt ne ja Alter ja hallo ich hab das Level eben in klein gemacht Peter als vorige das war definitiv schwerer als dein komischer Graben da von ach ja deine Mutter ist schwerer ne die ist leichter als du aber da glaub mal dran und meine Mutter würde den Arsch versohlen ja aber nicht nur mir mir auch sie glaubst du das ist der Inbegriff von von der Tod gut also ich weiß nicht ich würde mich so mit einigen Leuten anliegen ne auch Leute die die Bulliger sind aber ich weiß nicht von deiner Mutter also hast du nicht nur Angst hast du Respekt vor ne ja aber richtig so richtig so so weil das so ein mega Kontrast zu dir ist oh auchh nö merci die Musik gefällt mir die macht mich so nervös das geht ab da fliegende Raketen würde mich eher nervös machen ach ich weiß gar nicht wie die heißen doch wars halt nicht Rocket Build denn oder so Kann gut möglich sein. Ich hab' geplant. Oh Mama! Das war geplant! Nicht in dem Zäpfchen. Ich bin Püder. Lol. Okay. Nein, der kann ich gerade auch. Ich hab' mein Level vorhin solide geschafft. Ja, genau. Ja. Lol, das hört's unfair. Guck mal, ich bin jetzt schon mal der Hälfte. Ich brauch's nicht mal so lange ansatzweise. Das Level vorhin war ja auch länger. Gut, länger nicht unbedingt, aber man hat ja diese komischen Lava-Parts. Lol. Das war ja auch länger, Mama. Oh Shit! Ich wär' schon dreimal verreckt hier. Ja, sag' ich nicht. Kann ich ihn nicht kaputt machen? Wie hässlich bist du denn? Wie hässlich bist du denn? Ich hab' schon mal einen Spiegel geguckt. Schon mal einen Spiegel geguckt? Ha! Nee! Du darfst dich Bock machen. Ha! Ha! Du hässliches Scheißkind, du hässliches! Nein, ey! Lemmy! Sollten wir nicht mal einen Yoshi bringen. Egal. Ich hab' mir an der Stelle noch einen Zweifel geguckt. Ach nee, du hast ja noch. Alles klar. Hey Junge! Pass mal auf, mit wem du hier sprichst, ey! Ja, jetzt. Lach' ich wieder raus! Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn jetzt her? Oh Gott. Komm ich doch runter. Nein. Ja, du musst hier. Ha! Biatsch! Jetzt, jetzt! Stehenbleiben!